Also, wir haben jetzt hier ein bisschen Schleim gekauft, weil immer wenn wir Schleim machen, sieht der halt zum Beispiel nicht so geil aus. Also halt schon, aber halt nicht so heftig wie der. Und deswegen haben wir auf Amazon zu jedem Schleim ist ein Link unten in der Infobox, dass ihr euch den auch nachkaufen könnt, wenn ihr wollt. Also, ich zeige jetzt einfach mal so ein bisschen, weil ich weiß ja nicht, welche Schleim-Sorten es da so gibt. Ich zeige jetzt einfach mal alles, was wir so haben. Also, danach hier solche mit so, solchen Perlen oder Steinen, was auch immer, in zwei verschiedenen. Das sind so, so eine komischen, das sieht aus wie irgendwie Zucker. Oder sie ist ein knickigsam. Ein lila und blau und ein rosa und blau. Dann haben wir noch so ein, keine Ahnung, das sieht aus so wie, das ist so Galaxy. Cloud Slime steht da drauf, keine Ahnung. Nee. Dann haben wir hier so Getränkedosen, auch mit sowas drin, also in ganz verschiedenen Sachen. Zeig mal deine. Welche Farbe hast du? Einen? Welche Farbe ist das? Grün. Guck mal, hier ist lila. Glitzer. Und dann haben wir hier ganz viele, das kann ich anzeigen, könnt ihr in einer anderen Kamera sehen jetzt. So ganz viele von diesen... Auf den Eierslides? Ja, genau. Also halt ganz verschiedene, viele Farben. Und da war halt noch so Steine, Styroporkügelchen, Werkzeug und noch so eine Strohhalme. Also wegen diesen Getränken halt, damit es so cool aussieht. Und jetzt fangen wir einfach mal an, irgendwas zu testen. Also wir wollten schon von Anfang an den hier haben. Deswegen, wir machen den jetzt beide mal auf. Also hier, seht ihr das? Mama, der riecht voll gerne nach Kaffee, sondern nach Küche. Ja, der riecht wirklich voll gut. Warte, wir holen den mal raus. Oha, guck mal, wie heftig. Was ist das? Ich will den kurz hier hin. Tun wir die Dose an die Seite. So, das ist der. So, der sieht ja aus. Der ist so ganz durchsichtig. Mit solchen Perlen. Äh, Stein. Alle meine Steine sind unten, warte. Papa, guck mal. Also diese komischen Steinchen fliegen irgendwie voll schnell raus. Mama, ich geb dir. Aber trotzdem voll geil. Aber trotzdem ist der... Und der... Der riecht voll komisch irgendwie. Also der riecht nicht so wie Schleim, so komisch so. Sondern, also wie man sieht, fallen die schnell, sehr schnell raus. Aber trotzdem ist der mega geil. Ganzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, sie hat da ein Einhorn drin. Guck mal, hier. Was hab ich drin? Ich hab gar nichts. Mama. Auf jeden Fall hat man die so geöffnet. Und ich hab ein Einhorn drin. Oh, dann will ich jetzt auch kurz wissen, was hier drin ist. Warte, was? Und hier ist gar nichts drin. Ich find das hier am schönsten. Ja, auf jeden Fall sind da so zwei Einhörner drin. Das mach ich mal wieder zu. Mama. Das ist gar nichts. Aber ich hab da für richtig viel Glitzer. Guck mal. Oh, stimmt. Da hast du wieder Glitzer auf. Auf jeden Fall. Was ist das? Oh, das ist so geil irgendwie. Das ist irgendwie dieser Schneeslimm, den du erwartest. Das ist so ein Schneeslimm. Ich will es einmal rausholen. Oh, das ist ein Schneeslimm. Das fühlt sich irgendwie an wie eine Stube in Alaska. Was? Mama. Mama. Oh, guck mal, sieht aus wie ein Spinnnetz. Ich will das eigentlich gar nicht vermischen, weil dann ergibt es ja eigentlich eine Farbe. Aber guck mal. Das ist hier. Geil. Alter, riechst du mal. Warum riechen die alle so gut? Oh, mein Gott, riechst du mal meinen. Irgendwie riecht man ja nach Beeren. Weil alle riechen gut. Dann riecht man ja was mit dem. Ich finde meiner so cool. Also so sieht das auf jeden Fall aus. Erst riechen die gut und dann irgendwie nach Waschmittel irgendwie. Der ist richtig geil, ne? Ja, ich finde die auch richtig geil. Also zeige ich nochmal hier an der Kamera. Das, also bei den rosa-blauen war jetzt ganz verglitzer drinnen. Und hier bei mir beim lila-blauen, aber hat ein Einhorn drinnen. Mama, weißt du, was hast du da für ein Schleim? Willst du das auch mal sagen? Ja. Dann erzähl mal, was du da für ein Schleim hast. Ähm, ähm, dieser, ähm, rote. Nein, der ist grün. Alter, der ist richtig heftig. Guck dir das mal an. Lila. Der ist so richtig schön weich einfach. Soll mal Kügelchen habe ich da reingemacht. Meine Mutter hat sich jetzt den anderen hier schon mal geschnappt. Ähm, ähm, jetzt, ähm, jetzt, ähm. Also wie gesagt, guck mal, der ist richtig so geil. Ich habe meinen Einhorn verdrückt. Der ist jetzt hier irgendwie. Das sieht aus wie Fäden, so komisch. Hä, das fühlt sich an, wie ein Stoff. Wieso? Weiß nicht, sowieso. Marlene, such das Einhorn hier drin. Mama, jetzt, jetzt das. Jetzt das. Auf jeden Fall ist der richtig schön fluffig, so. Ich mag den voll gerne. Ich. Damit kannst du richtig geil, guck mal, wie das aussieht. Wie so ein Spinnnetz. Ja. Also dann haben wir hier jetzt diesen Fluffy-Slime. Den machen wir zusammen, weil es davon irgendwie einen gab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so einer. Der ist mal geil. Von Pink gibt es auch Meister. Also hier ist halt auf jeden Fall jetzt einfach noch die anderen Farben. Blau und Lila halt. So Leute, das ist auf jeden Fall jetzt dieser Dosenslam. Der ist so durchsichtig mit Farbe. Mama, jetzt das auch so. Also den gibt es halt in mega vielen verschiedenen Farben. Hier ist der auch noch in Blau. Hier haben wir den auch noch in Clear Slime, also in Durchsichtig, mit Glitzer. Warte, warte, guck mal. Warte, 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 jetzt. Mama geht nicht ins Raus. Hier, der ist Clear, Mama. Warte, oh, den finde ich auch total schön, die sehen so schön aus. Mama, kannst du einmal mal in deine Hände... Guck euch mal den an, Alter, da sieht der auch. Mach einmal aus, guck dich das mal an mit dem Blitzer-Partikelchen da drin. Und da gab es noch so einen komischen Strohhalm dazu. Dann kann man das so in die Dose wieder reintun. Das ist Grapefruit, warte. Auf so, und dann kann man hier so gönnen. Nee! Das meinst du so. So, jetzt machen wir den nächsten, der ist so... Mama... Also das sieht so aus, so... Mama, ich hab... Nee, 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 ich mach... Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte... Hier, guck mal, das sieht so geil aus wie dieses Ei hier so. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte... So, auf jeden Fall, hier hab ich jetzt, da war so ein bisschen viel von diesem Zeug hier drin, deswegen ist das ein bisschen milchig geworden, aber wenn man die dann wieder zusammenfügt, sieht's, glaub ich, voll cool aus. Also es ist halt so komisch so. Warte? Lass mal ein bisschen tauschen. Und der kann so schön dingsen. Lass mal ein bisschen tauschen, dann kann ich das vermischen. Ja, dann kann man den halt so mixen. Äh? Äh? Ja. Pff! Oh, mach das! Und ja. So sieht's halt aus, wenn er gemixt ist. Schöner Pfafferlau. Okay, ja. Also ich würde sagen, das war's jetzt wieder mit diesem tollen Video. Ähm, wenn ihr noch mehr davon haben wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt uns kostenlos abonnieren. Und wenn euch, ja, das Video gefallen hat, könnt ihr halt einen Kommentar da lassen und so. Ja. Tschüss! 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 Ich weitermache! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020